Ich grüße euch zu einem kleinen Status-Update, Tag 16 und ich habe für euch hier dabei einen Tag, da habe ich vorbereitet, neben ein bisschen Obst, dass man immer snacken kann, den guten Strebenlachs mit Quinoa und ein bisschen Salat, das ganze zweimal und dann habe ich hier, das ist mir vorbereitet worden, Fleisch, Rindfleisch ist das, mit ein bisschen Gemüse, Perlgrauben mit Tomatensoße, mit Kartoffelbrei und Rosenkohl, das ganze zwei große Portionen und hier drin noch eine kleine, damit sollte ich jetzt eigentlich bis zum Wochenende durchhalten mit dieser ganzen Auswahl und dann schauen wir weiter. Aktuell habe ich mich heute gewogen, vor dem Training war ich auf 102 Kilo und ich habe entschieden, ich werde das Kreatin 10 Tage vor Schluss noch absetzen und schauen wir, was da noch an Wasser rausgeht und dann, hochgestochen, schaffen wir es vielleicht auch 95 Kilo. Vielen Dank. Jetzt ist mir noch ein bisschen zu viel. Vielen Dank.